Guten Tag, guten Abend, willkommen auf PongPongBlog. Wir spielen heute wieder Battlefield Hardline. Ich bin ein Police Officer mit A. Mach doch schneller! Und wir versuchen die bösen, bösen Verbrecher davon abzuhalten, dass sie den Safe ausrauben, der sich da, wo das Blaue ist, befindet. Die Karte hätte ich jetzt gehen wie weg. Dankeschön. Und, ja, wir laufen jetzt einfach ganz zielsicher hier rein. Im Angesicht des Todes. Jahrelange Ausbildung für diesen Einsatz. Tür auf, reinrennen und gleich jetzt alle von hinten so umlegen! Jahrelange Ausbildung, man sieht's. Ah, die jahrelange Ausbildung, ich bin tot. Aber ich bin trotzdem Erster. Und jetzt bin ich nicht mehr Erster. Gerechtfertigt, ja. Äh, toll. Da würde ich jetzt auch gerne wieder mitspielen. Dankeschön. So, wir müssen den Träger aufhalten. So, ich laufe dem Träger einfach direkt entgegen und schieße ihm ins Gesicht, weil so könnt ihr ihn am besten aufhalten. So, ich renne den jetzt direkt in die Arme. Nein, doch nicht. Ich hab's mir alles überlegt. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hinrenne. Da hab ich jetzt einen gesehen. Ja, er war sehr gut. Gut gespielt. Mir gefällt's gerade nicht, wie ich spiele. Ich werd gleich wieder in einen anderen Modus spielen, weil der ist irgendwie... Ich weiß nicht. Der ist mir zu schnell zu Ende. Der darf das hier nicht erreichen, glaube ich. Wollte es aber trotzdem erreichen, weil ich ihn nicht töten kann. Hier hab ich sehr viele Möglichkeiten, den Gegner zu töten. Nicht. Das war jetzt nötig. Ja, ja, ja. Wir holen uns das Paket, wir holen uns das Paket. Warte, was? Hi, feindlicher Eli. Ja, geil. Mhm. Sehen die den nicht, oder was? Nein, so ein Typ in Maske und AK, der fällt auch gar nicht auf. Der ist total unauffällig. Das ist, glaube ich, auch immer in der Stadt rum. Ich sag, hier ist Fasching. Im Sommer. Das war unwitzig. Entschuldige mich dafür. Oh mein Gott, das ist... Ich, nein. Der endet jetzt die ganze Zeit seine Waffen. Das spawnen jetzt alle. Wehe, du stirbst. Ich brauch dich als spawn. Verreckt bitte. Nein. Passt schon. Bleib am Leben. Kein Problem. Warum tötet mich... Warum tötet der mich von da? Scheiße, die haben sich die Lichter ausgeknipst. Das fand ich jetzt persönlich sehr gut. Ich glaube, wir sehen ja von... Oh, von hier sehr gut, wann... Oh. Der gute Herr, der wusste, was er macht. So wie ich. Das ist voll unfähig. Sieh... Das ist unfähig. Sieh ganz genau, wann der hochkommt. Das geht... Ja, okay. Hm. Der hat halt mitgedacht. Der hat sich auch gedacht. Nee, der kriegt mich nicht. Geiiiile Sache. Die sind alle oben. Ah, ich... War die ganze Zeit schon so gähn-anfällig. Ich weiß auch nicht. Ah. Ich habe einen Suspekt. Suspekt ist, äh, on the floor and, äh... Tot. Und ich kriege plötzlich Schaden ohne Grund. Gaskranate. Geil. Lunge leicht verätzt. Nicht so schlimm. Toll, hast du dich verraten. Das war nicht ich. Das war bestimmt ein anderer. Oh Gott. Warum hatte ich eine Munition? Get him off! Was? Ablenkungstaktik? Wollten die, dass wir rausrennen? Damit wir den Tressor verlassen? Nein. Das hat mich jetzt... aufgeregt. Der hat die Augen schon so zusammengeknüpft. Und er hat es gewusst. Na? Was machst du so? So, jetzt renn rein und... und mach deinen Job. In dem Fall halt sterben. So, ist jetzt schon wieder einer gestorben. Da drin. Ich sterbe halt trotzdem. Tote können so gut schießen. Den hat man ja schon geschult. Wo rannst denn du hin? Ich folg dir mal. Wow. Mist. So, da oben ist einer. Yes. Alter. Level 70, alter. Wie kann man Level 70... Ich bin jetzt gleich Level 25. Alter. Das... hat mich schon einiges an Mühen gepostet. Diese Tür geht nicht auf. Das ist eine sehr gute Tür. Der war hinter mir, gell. Ich bin wahrscheinlich genau neben dem gelaufen. Nein, das war doch mein Kumpel. So dumm bin ich. Nein, das war doch noch nicht. Oh, noch nicht. Da... Panik. Ja, geil. Meine Stimme kacke, geil, noch geiler, Palme ist im Boden und wackelt, tot, geil, jetzt müssen wir wenigstens auch die Typen hier vom Dach alle runterziehen. Bro, es ist nicht witzig, das macht mir einfach keinen Spaß mehr, okay, okay, nicht ermutigen lassen. Die haben verloren, oder? Nein, noch nicht. Alter. Ich weiß nicht mal von wo die mich töten. Augen auf. Ah, da knallt jetzt seine Eukern zu. Shit, den hab ich nicht gesehen. Nein, von wo? Das gibt's nicht. Yeah, Luke was back, nein, ich bin wieder tot. Bis jetzt immer, wenn ich reanimiert wurde, bin ich immer danach sofort gestorben, aus mir unerklärten Gründen. Leider alle tot. gut. Da läuft er, da, 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 da. Ich hab' ihm ins Gesicht geschossen. Ich hab' ihm ins Gesicht geschossen. Von wie überlebt ihr denn ein Gesichtsschuss? Und jetzt spawnen kriegen, oder? Ja, könnt ihr gerne machen, das ist mir wurscht. Ja, wir haben verloren. Coole Sache. Werde ich bis Rang 25 aufsteigen? Nein, werde ich nicht. Und wahrscheinlich auch nicht in der nächsten, in der nächsten Folge auch nicht. Also, bis zur nächsten Folge, in der ich nicht aufsteigen werde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.